Oh, da kannst du alles rüber auf einmal machen, ich glaub nicht, ne? Du kannst T gedrückt halten, aber warum hast du das alles einzeln? Ja, ich hab mich verdrückt, das war halt scheiße. Das war halt doof von mir. Bälle ohne Sattel, hab ich einen davon? Ach Gott, wie schreib ich denn hin? Pela. Pela-gones, Mann. E-L-A. Hast du schon Chitin oder Keratin? Brauchst du einen Pelagones? Ah, das Sattel, ja. Welches Level brauchst du dafür? 20, wenn ich es richtig gut klappe. Ah ja, 43, okay. Wo ist denn das Keratin? Ich leg dir den Sattel in die Weltbank. Ach du hast den schon gebaut? Mhm. Ich baue gerade. Sehr zu vollkommen. Wie liest denn der Weltbank? So. So, ein Sattel für deinen anderen musst du dir aber selber bauen, ne? Ja. So, irgendwas haben wir noch dabei. Wir sind zu schwer. Äh, so. Ja. Ich hab noch Sachen da drin. Ich hab noch... Räucherkamera, da auch schon wieder kaputt. Wurde. Okay. So, das ist drin. Okay, eigentlich wollte ich das da reinschmeißen. So. Ich hab inzwischen wieder das ganze Narkosematik geklaut. Klar. Und wann? Äh. Acht. Hä, hä, hä? Ich kann's dir auch ein bisschen... ...beschwert. Wacht. Was suchst du? So. Nix, nix. Hab's schon. Dein Flugsaurier hat einen Sattel. Ah, weil das mal ein Pelagon ist. Ja, doch. Der hat auch einen. Na toll. Hast du gut gemacht. Kaum will ich einen Sattel drauf machen. Äh, tu damit direkt. Ja. Wenn du unten das zusammenbindest, kackt er dir auf die Hände. Ja, dankeschön. Voll voll die Fies, ey. Döger sei gepriesen, wa? Hehehe. 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 So. So. Jetzt aber... ...bring ich erstmal den ganzen Schwan da zurück. Und ich keine... ...nicht eigenen... ...Dodos greifen. So. So. Das da rein. Das rein. Das rein. Das rein. Das weg. Das kommt da rein. Ja. So. Ah. Tür ist zu. Gut. Kann er auch nicht greifen. Kann er überhaupt flossen? Na hallo, du schönes Ding. Was haben wir denn? Ja. Gleich ein nicht mehr so schönes Ding. Juhu. So. Da kam gerade so ein Ölreddich aus dem... ...so ein öliges Vieh aus dem Ding. So. Perrin. GT. Gerati. Schön. So. Hier. So. Da bist du und du bist ein Weibscher und das bist du da oben. So, bleib dann kurz hier, ich geh mal kurz Fischi Fischi holen. Nein, da ist einer. Oh, ein Weibscher, nein, warte mal. Na, mal die Pika. Ne, da ist ein großes Fleisch, schnell kriegst du nicht Schad. Was brauchen wir denn gerade noch? Müssen wir noch irgendwas bauen? Nein, Schad. Krass. Hat er gut ausgedauert, dein Fiegel? Fiegel, Fiegel? Ja, Fiegel, fack, komm mal mit. Ey, gerade, ich hab gerade was abzuladen. Kurz. So, Leder, Fischfilet. Nein, Leder muss noch da rein. Ich geh hier drunter. Da rein. So. Das sind Raptoren. Wo? So. Es bringt nichts. Und es dauert. Fertig? Ja, ich bin fertig. Vor allem. Folgen Sie mir unauffällig. Der hat, der hat eine richtig gute Ausdauer. Okay. Mein hat 195. Mein hat 170. So, mach ich mal hier kurz eine Entdrehung. Jawoll, von oben schön mal einen abgeseilt, ey. Eine Hütte? Warum eine Hütte? Was ist das denn? Hier sind so ein paar Hütten. Und hier waren vorhin ganz viele böse Tierchen. Hier, da ist ein Wolf. Boah. Krass. Das Rote, der ist ein... Neurona, wollte ich dir nochmal sagen. Da ist noch ein Raptor, sehe ich gerade. Okay. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt man mal einen Partner ab. Instant Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. Das ist auch dein Dingster, Boomster. Ja, der... Für... Edgar mit der Schere, bloß als Dino. Sag mal, kriegst du denn... Was fressen denn die Wölfe? Kriegst du die betäubt? Ich brauche einen Namen, denn... Ich sehe nicht, wie die heißen. Okay. Jetzt könnte ich nachgucken. Sonst müsste man mal gucken. Warte mal kurz. Ich sitze da nicht mit der Karte aus. Okay. Wenn ich hier runterfliege... Könnte man Richtung... Als wenn der jetzt durch den Eingang hier in den Gatter kommen würde. Kriege ich ihn. Oh, der läuft halt nur da vorne rum. Okay. Cool, guck mal. Meiner verbraucht gar nicht so viel Energie hier. Oh, der Ausdauer. Der segelt. Ah, da ist ein Raptor. Ah, jetzt wird die Energie aber langsam. Ah, jetzt wird die Energie aber langsam. Der Wolf rutscht weiter runter. Der Wolf rutscht weiter runter. Ich sehe ihn nicht. Der Flieger ist im Weg. Krass aber. Ist denn das Greifer? Oh, scheiße. Da vorne ist ein Greif. Wo? Das neue Tor ist. Wir haben uns eine höpste Stelle ausgesucht, ey. Da kommt er hier hoch. Nö, er ist. Nein, er fällt weiter runter. Krass. Siehst du den noch? Ne, du bist wieder abgehauen. Super, du bist eine tolle Hilfe. Nein. Der rennt da unten rum. Warte, ich dreh mal. Ah, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ist er tot oder was? Nein, lebt sogar noch. Der rollt immer weiter runter. Ist er jetzt? Sind schon wieder vier Libellen. Zwei Dolphys wahrscheinlich. Und der rollt. Fischreier. Oh ja. Ein Raptor. Die wollte zu uns da reinkommen. Ja. Er belte. Ein Dolphys ist da auch noch bei. Mhm. Das hat der dumme Vogel mir jetzt geklaut. Herr Suft, der ist noch hinter dir her Nicht vorbei, deswegen fliege ich jetzt zur Basis Ich habe ja eigentlich gedacht, da hinten und einer hilft mit Da fliegt er, Hoppen Aber der hat beim einen Bleib doch mal da oben drauf, wenn du landen sollst du, Ruhlfrau Dass die Tiere nicht mal das machen können, was sie wollen Ja, jetzt hab ich doch halt mein Fleisch vom Vogel gefangen Ja, ich werde jetzt noch eine Erweiterung bauen Aber wir müssen gleich sowieso mal rein, weil sonst gibt es nämlich hier ein bisschen So, was haben wir denn überhaupt noch drin? Nix So Ah, gut Stein Ist das So 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 Ich bau jetzt mal eine Erweiterung, ne? dass die da nicht so weit weg fliegen, wie auch immer macht denn der Argentavis so weit unten? ich hoffe ja nicht ich versuche den zu holen das ist aber auch interessant, weil da sind genau die Viecher drin, die wir aber auf der anderen Karte gar nicht haben du fliegst nur jetzt hin, Aki drei Pfeile abgekriegt und dann haut er ab ich glaube bei den dicken Bäumen kriegst du doch wieder Picke bei den tollen, den tollen des Harz das Gewitter wir jetzt nicht gerade brauchen großartig, oder? ja ich wollte schon gerade sagen das ist ein tolles Viechen das ist ein tolles Viechen